Aber wirkt das auch, dass du kein Wasser dafür brauchst. Das ist natürlich auch was Nettes. Läuft. Das ist echt gut. Stoffzimmer ist einfach mit Bambus voll, sowieso wächst die blöd. Ja, hab ich auch schon hängigesetzt bei uns. Dann würd ich sagen, Wasser weg. Dann brauchen wir hier echt kein Wasser. So, wie ist das mit den Rangschlangen? Achso, okay mit der Axt. Kann ich doch auch auf kompostierte Erde dann tun. Ja klar. Ich glaub ich setz jetzt mal nur zwei von den Dingern. So. Ich hab's drauf, wenn das noch nicht... Wenn das gepflanzt war, aber... Geil. Egal. Weg. Ich hab kein Platz mehr, das kann nicht sein. Was kann denn weg? So wie du kann. So wie ich kann weg. Die Spitzhacke kann weg, weil sie kaputt ist. Das Schwert geht auch gleich kaputt. Wie schön ist das Zeug mitnehmen. Noch mehr zieht's. Noch mehr zieht's. Oh, noch mehr zieht's. Jo, hast recht. Kommt der Schmeiß für die Axt auch noch weg. Scheiß auf Werkzeug. Wir nehmen mal ein paar Material mit. Gack drauf. Aber mein Inventar ist geil voll. Du wirst dich gleich freuen in der Kiste wieder. Ja, du mich auch. Ähm, wie groß machen wir das denn? Ich würd sagen... Ich bin wieder auf dem Weg zurück. Hm. Ähm, ja. Bis hier hin. So. Oh, shit. Wasser. Da hab ich zwei dahin gelassen. Oh, normaler Bambus. Hm, zum Ding. Die müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Dafür... Ah, davon kommen so ne Ding haben wir schon angepflanzt, so ein Eggplant. Das weiß ich. Das weiß ich. Sugar Canes. Ach, die brauchen wir definitiv. Das Sugar Canes. Oh. Weil wir auch so superschöne, süßige Schnitschen sind. Du. Pilze. Oh. Ähm. Äh, fuck. Bam bam bam. Wo ist mein Bett? Da ist mein Bett. Oh ja, dunkel. Ja, wir müssen... Kannst du dich hinlegen? Ja. Weil ich muss mich hinlegen. Ich lieg. Ja, ja, ich auch. Jetzt glaube ich noch nicht dunkel genug, oder? Doch, doch. Ähm. Zwei Hungerkeulen noch und ich bin noch bestimmt weiter entfernt, weil ich mich kenne. Ach, das ist ein Skelett, das sterben will. Diese Geräusche, wenn er Bogen spannt. Ja. Ich hab dann Apfel gesehen. Den muss ich dann essen. Aber kannst du ruhig essen. Wir haben hier welche. Ja, und ich hab ein Platzproblem. Kürbisse haben wir auch. Ja, dann nimm mal die Kürbisse mit. Die Oak-Wurzeln. Toll, wie viel Bambus in dem Wald ist. Na, das ist heftig. Brauchst du einfach wieder was an. Machst einfach eine ganze Reihe voll. Weißt du, machst einfach 64er Sec einfach nur in einer Reihe und pflanzt die hintereinander an. Mhm. Und dann erntest du den Rest wieder ab. Ja. Nein, brauche ich noch mit. Oh, da waren Chilis. Ähm, ich hab langsam ein Problem. Egal, jeder. Ja. Ich hab nie gedacht, dass ich ein Platzproblem kriege im Minecraft. Ja. Hast du schon Kühe gefunden? Kühe? Ja. Klar, massenweise. Unterwegs. Ja, dann nimm Leder mit. Was gibt's hier? Die Backpacks. Du, Witzbold! Ich kann nix mehr tragen! Ja und? Dann schmeißt du irgendwas weg. Ne, das geht nicht. Doch, das geht. Das geht! Ne, was schmeiß ich denn weg? Apropos wegschmeißen, ich kann doch erstmal wegladen. Nein, ich will die guten Erbstücke hier nicht mitnehmen. Also wegschmeißen. Ich kann doch die günsten Samen nicht wegschmeißen. Ach doch. Nein. Das geht nicht. Ich hab nur ein Bett und der Rest sind zwei Bienen, ne Fackel. Hallo? Meine Schaufel ist kaputt. Boah ey. Wie schnell die Sachen kaputt gehen. Das ist heftig. Wollen die mich verarschen oder so? Chowies! Yay! Chowie, Chowie, Lady! Das da rein. Die bret ich natürlich. Geht nicht. Chowies. Kampf. So wieder elf Stück. So. Jetzt müssen wir langsam mal zurück. Hm. Ähm. 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 Ob ich das denn jetzt gepflanzt habe? Also ich will ja nicht sagen, aber ich weiß ganz einfach wo ich zurückkommen muss. So egal. Koordinaten kennst du? Ne. Ich find schon Weg. Okay. Hier ist lila Wasser. Ist das giftig? Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Okay, das ist einfach nur lila. Ja. Dim, dim, dim. Das ist der für Magic Wald hier. Voll der Magic Wald. Ja. 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 Komisch. Komisch, komisch. Lila Wasser. Grüne Erde. Oder grüne Türkise. Hm. So. Natürlich, da kannst du nicht so dran vorbei. Wo muss ich hin? Welche Koordinaten? Äh. X. 864. Und. Z. 1008. Was? 800. Normal. X ist Minus? Plus. 864. Dein Ernst? Ja. Und Z ist 1008. Nicht dein Ernst, oder? Plus. Ja, ja. Fass. Jetzt grade, ne? Ich bin bei minus 402. Bei X. Bei X. Super. Und bei Z? Bei Z bin ich bei tausend, ne? 950. Und das ist 1008. Na super. 8. Düm, 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 düm. Du hast mal schön in die andere Richtung gelaufen. Super. Hehe. Jetzt gelandet. Aber du verarschst mich jetzt nicht, dass X jetzt nicht. Nein, nein, nicht. Da steht 800. Fahrstich nur. Nein, ich fahrstich natürlich nicht. Wieso? Was das für'n scheiß Weg ist? Oh. Pech gehabt. Oh mein Gott. Da hast du Pech gehabt. Ich merk's. Nee. Ich glaube, die sterben. Ich hab' Frauen und Kinder. Jaaa. Mal höh' doch. Jungle. Junglewood, junglewood. Hmhm. So. Ich fahr' erstmal da hin. Go, go, Power Rangers. Erstmal ein Boot nehmen. Oh. Erstmal ein bisschen fahren. Oh. Da sind Haie. Hallo. Hi. Hm. Gibt's da auch, ja. Hier wollen wir doch nicht den Popo piksen oder so, ne? So. Dann. Ach. Ich hab' Schiff gedrückt bei dem Boot. Bin ich dumm? Boot kommt wieder. Dort lief mir los. Don't leave me alone. Warte mal, bist du auf dem Wasser willst du Tom? Was soll ich sonst machen? Das ist der schnellste Weg. Oh je, ist grad Öl. Don't leave me alone, Boat. Das ist der schnellste Weg. Ja. Also wenn du sagst, X ist 800, jetzt muss ich noch 1000 Blöcke drive'n. Also lass' mich. Du machst das schon. 2, 4. Mach mir einfach mal 4 Steinschaufeln. Ja, mach mal. Guck mal, jetzt muss ich nur noch 900 Blöcke reisen. Bitte nicht kaputt gehen. Guck mal, jetzt muss ich fast über 800 Blöcke reisen. Ich hab' im Boot viel, viel. Mein Boot ist kaputt gegangen, oder? Du Scheisspiel. Mann. Die gehen leicht kaputt. Die gehen ganz leicht kaputt. Ich hab's gemerkt. War bei Kong nämlich nicht besser. Was denn? Es sind nur noch 800 Blöcke. Yay! Und zwar nur noch in die Richtung. So. Ich kann mich doch nicht so verfranzt haben beim Zurücklaufen. Ich dachte, ich lauf richtig. Klar. Ja, jetzt weiß ich ungefähr, wo ich... Was hast du für scheiß Blöcke hier? Busch. Super. Weiter verfranzer. Jetzt hab ich den Screenshot gemacht. Ich trosse. Vielleicht. Wo hab ich denn noch sehr viele Items? Von zwei, drei, ne, sechs sind die kann ich nicht essen. Komm, davon kann ich einen essen. Ich hab Hunger. Ja. Ja, Clay. Wenn hier was ausseht, wo Wasser war. Clay. Clay. Clay du, Clay. Hallo. So. Dann stellen wir mal den Pumpkin mal auf. Oh. Ich werd langsamer. Tipp, 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 tipp. Mach ich das jetzt so. So. Ich würd mal sagen, dass das hier... Ja, was für eine spannende Reise. Äh. Centus hat zwei Meisen in seinem Kopf. Nö. Klar. Glaube ich nicht. Mach ich für die Pumpkins hier. Toll. 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 Ja, ich weiß jetzt wieder Schwarzbild. Leeren. Okay. Hier. Hotkeys. Sitzen. Leeren. Okay. Was denn das Problem gewesen, ob er ist? Komisch. Oh, was bist du denn? Oh, dich muss ich ernten. Du siehst aus wie ein geiles Früchtchen. Komm mal her. Kann ich mit dir irgendwas machen? Kuchen. Tränke. Saufen. Komposterde. Nö. Kann ja fressen. Wird nicht kompostiert hier. Hm? Nö. Ich hab hier was gefunden, was kompostiert werden kann, aber ich kann's auch essen. Okay. Oder hab ich's lieber gegessen. Ja, klar. Woll ich nur so weinen auf dem Bus. Ich muss mich mit irgendwas unterwegs mal versorgen. Ja, klar. Normal. Ich hab nur nicht mal Werkzeug. Vielleicht Ofen. Oh. Weil ich alles weggeschmissen hab. Warum? Weil ich so ein sozialer Mensch bin und alles mitnehmen will hier. Äpfel! Es gibt doch Äpfel bei mir. Ich ernte mir hier so grad einen Apfel ab von diesem Baum. Guck mal was da rauskommt. Hab ich doch gesagt, dass es Äpfel bei mir gibt. Naja, aber vielleicht sind das andere Äpfel. Ne, das sind normale Äpfel. Ja, das sind normale. Egal, wenigstens ein Apfel. Es wird grad wieder dunkel. Ja, brauchst du mir nicht sagen, ich weiß. Ich seh das, dass es dunkel wird. Ne, siehst du nicht. Du bist blenny. Ach, ich kann grad nicht pennen, weil ich auf einem steilen Hang bin. Ja? Ja. Und zwar auf einem sehr steilen Hang. Das können wir aus dem Berg erst mal errollen. Okay, das ist fertig. Oh, 17 Kompost haben wir jetzt. 17 Stück. Mann, ich kann alles mitnehmen. Okay, wir müssen pennen. Ja, kannst du? Leg dich schon mal rein, leg dich schon mal rein. Ich lieg. Ja, ja, ja. Ich lieg, 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 lieg. Ja, ich lieg ja. So. Siebzehnmal kompostierte Erde. Schon wieder Screenshot. What the fuck? Die Bäume sind auch schon wieder voll groß geworden. So, zack, zack. Du kannst schon mal Essen vorbereiten, wenn ich zuhause bin, weil ich ein großes Fest mal aufgetischt habe, okay? Hm, nö. Wie nö? Nö. Du musst ein richtig großes Fest mal auftischen. Ich bin verhungert von der ganzen Reise. Ja. Du kannst sterben. Nein, ich will nicht sterben. Ich will live in the woods sein. Hm. Was dauert noch, bis das richtig gewachsen ist hier. Sag keiner, es wächst da schnell und sowas. Arsch hier. Hängt der Hammer. Hast du noch ein schönes Fest mal auf Tischen? Wenn der Kunde nach Hause kommt. Hm, ist klar. Ich glaube, ich habe mich hier an dem Wald verfranzt, wo ich den Baum massakriert habe. 9, 10. Oh, nach Hause. Ich sehe die Freiheit. Ja. Ja. Ich sehe die Freiheit nicht, wenn ich in den Busch, in den Wasser reinfalle. Schlecht. 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 Schlecht.